Gruppe beitreten, Shift Hallo? Ziel erforderlich Ja, hab ich doch Hey, was will der denn jetzt von mir? So, Gruppe beitreten Werkdirektoren wird beigetreten So, jetzt können wir ein bisschen Lade-Daten Lade-Daten, Lade-Daten Fragt mich ja, was wir jetzt hier machen müssen Da ist unser Team wahrscheinlich, jawohl So, ich glaube Was folgt denn jetzt einfach mal? Ah, guck mal an Oh So, auf die Schrauze Na, komm schon So, wir können Kohleinsangeln hier mal wieder looten Ein bisschen Die anderen haben was zu tun Ja, ja, macht wohl Ich loote mal ganz kurz Ach, die kommen ja immer wieder Huch Okay Da vorne sind welche So So sieht es doch schon mal gut aus Ach, du Scheiße Guck mal, wer da vorne ist Ach, du Scheiße So, Freund Ach, du Scheiße Geil Alter So So, ich will es schaffen Ah Das war geil, der Angriff von den Einen Dass er den so hochgenommen hat Hat er das gesehen Das war geil Könnten passen, aber Ach komm, wir machen mal vier Na ja So, da haben wir wieder Ach, Alter Knauze Aua Ach, du Scheiße Ach, Alter Alter Schnauze Alter Ja, ich kann da auch mitbeaten Ich bin aber gerade hier ein Eifer des Gefechts Hilfe Hilfe So, sieht es gut aus Ja, ja Ich könnte was machen, aber Oh Oh Ja, bist du denn Ja, wer bist du denn Wartet mal Passt du Na ja, egal Ich glaube, das haben die anderen von der Merkertien Schnauze Aua 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 Schnauze Aua So, Alter Geht rauf, Junge Geht rauf, Junge Alter Aua So, Alter Geht rauf, Junge Geht rauf Aua Hilfe Na komm schon Na komm schon Na komm schon Alter Ich weiß gar nicht, was hier los ist gerade Ähm, ich bin Ich bin Zweiter, was? Ich bin Zweiter Äh, wie geht das denn Ja, geil Okay So, looten, looten, looten Nein Nein Nein, 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 ich will ignorieren Äh. Kupfer können wir annehmen. Alter, ich bin Zweiter. Wie geht das denn, bitteschön? Alter, geil. Geil. Leute, ich bin Zweiter geworden. Hey. Na, wenn das denn mal nicht. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen von mir? Oh. Was ist das denn? Was hab ich denn jetzt gemacht? Ich komm ja immer mächtiger vor hier, ey. Nein, nein, nein. Das war alles bloß dummer Zufall, dass ich weiter alt geworden bin. Ich muss ja mal aufpassen. So, wir können jetzt mal wieder zurückgehen. So, warte, davon ist noch was. Was haben wir denn hier? Langschwert, ja. Können wir mal aufnehmen. Ich weiß ja nicht. Das ist es nicht. Das ist es. Naja, ist jetzt nicht so die Ware. Nee, da haben wir schon Besseres. Können wir ja dann verkaufen, wie gesagt. So, alter, Zweiter. Naja, Freunde, ich bin Zweiter geworden. Seht ihr mal. Genau, da können wir jetzt wieder reisen. Das machen wir mal wieder. Geil. Einfach mal Zweiter geworden. Naja. So, Junge. Jetzt aber hier mal. Ach nee, das ist eine Frau, wie gesagt. Das Hafenviertel ist ein gefährliches Gebiet. Das wissen wir doch schon. Was in Blacklight schon mal. Ach Mensch, komm, nehmen wir mal an. Ist ja egal. Komm. So, bis später, alte Aureen. Du alte Brinne. So. Müssen wir jetzt dorthin, oder? Nee, wir müssen jetzt. Nee, wohin müssen wir denn jetzt? Ich guck grad nochmal. Ich lass mir das nicht so richtig durch. Nein, das hat man schon. Ist überhaupt nur da. Nö. Hä? Die Frage ist. Wofür können wir denn hier nichts verkaufen? Ich will ja gerne was verkaufen hier, ehrlich gesagt. Das brauchen wir ja nicht. So, das können wir eigentlich... Ach, jetzt geht's. Okay. Das 8,5,5 können wir ja mal behalten. Ist ja jetzt nicht so. Das können wir mal verkaufen. Ich will gerne den Fisch verkaufen. Warum nehmen Sie keinen Fisch an? Ich will, dass Sie Fisch annehmen. So, schwächere Schriftfreund können wir verkaufen. Können wir verkaufen. Was? Warum denn nicht? Hat er kein Geld? Aha, aha. Nee, Fisch nimmt er eh nicht an. Und richtige Waren hat er jetzt auch nicht. Nee, ist immer noch... Können Sie ja mal wieder ein Diebstahlpaket, können wir uns ja mal wieder holen. Und wir glaube, gar keine mehr, weiß ich jetzt gar nicht. Kaufen wir aber auch wieder ein Regionspaket brauchen wir erst mal nicht. Schließen. Was war's? Was war denn das für ihn überhaupt? Ich weiß es gar nicht mehr, der hat man doch schon mal angesprochen, oder? Ähm, ich vertrete hier die Hartner. Sicherlich seid ihr einigen von uns bereits begegnet, oder habt zumindest von uns gehört. Wir handeln mit Informationen und Gerüchten. Sind dabei die heißeste Ware, da sie oft Halbwahrheiten enthalten und manchmal sogar komplett der Wahrheit entsprechen. Ein Gerücht der Wahrheit zu überführen ist eine der herausgefordertsten Tasten dieser im Dienste der Information. Habt ihr an einigen ausgesuchten Gerüchten der Gegend Interesse? Was sind die neuesten Gerüchte der Gegend? Ach, das sind jetzt die Spieler. Achso. Ist das jetzt quasi Kopfgeldjäger, oder wie verstehe ich das gerade? Nee, die sind doch viel zu hoch mit dem Level, Alter. 160 Level! Nee, Alter, verpiss dich! Ganz schnell in die Orgen. Na, komm, wir reisen mal wieder zurück. Hier haben wir nichts mehr zu tun. Verklickt Viertel, da kommen wir noch nicht hin, da kommen wir noch nicht hin. Turmviertel, Turmviertel, da können wir noch mal reisen. So. Ach, genau, das war hier. Wo wir einen Haufen mal gestorben sind, ich erinnere mich. Ich entsinne mich! So, halt, aber riesiges Tor für so einen kleinen Zwerg. Hallo! So, hallo. Okay. Hallo! Ein Tag als Wächter. Ach, guck mal, das ist ein Zwerg. Ja, komm, wir mal annehmen. Ähm, ich lass mir das ehrlich gesagt nicht durch. Ich überfliege das meistens, deswegen bin ich da. Ne, und so. Könnt ihr auch mal um die Kommentare schreiben, wenn ihr jetzt wollt, dass ich, ähm, die Texte vorlesen soll von den Alten oder von den Alten halt. Müsst ihr halt schreiben, ja, wollt ihr das oder wollt ihr das nicht? Wie gesagt. So, wenn wir die kurzen Quests hier, Quests abschließen. Zerstörte Barrikaden. Können wir annehmen, wie gesagt. Zack. Also, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, wäre es nett. Wenn, mache ich wieder die Sprache rein, weil ich hab's ja ausgemacht, die Sprache, äh, die Sprache. Die Sprache, dass ich reden kann. So, an denen will ich jetzt erstmal ein bisschen... Ist das jetzt schon wieder dasselbe, oder? Kann das denn sein? Kann das denn sein? Hallo? Freunde? Huah! Niemand! Kommt mir zu nah. So. Und Aktion folgt. Barrikade, okay. Okay, okay, okay. Jetzt müssen wir da lang, wahrscheinlich. Nee, wieder zurück, okay. Das war ja easy going. Easy going war das. So. Da vorne haben wir Ufi. Also, an der Stelle grüße ich mal den Ufi. Wenn er mich kennt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Können ja welches da sei sein, die bei mir hier, ne, und so, meinen Kanal abonniert haben. Weiß ich ja nicht, dass die Neverwinter... Au. 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 Du Arsch. Mit Ohren. Ach, guck mal. Huch. Ach, dank. Ach. Ach, danke. Terricon, 54. Dankeschön, der hat mich geheilt. Geil. Das find ich ja mal richtig geil von den Spielern. Cool, dankeschön. Das find ich ja mal richtig nett. Also wie gesagt, mit den Spielern und so. Das sind paar richtig nette Typen manchmal. So, Ziel erfüllt. So, da ist nichts mehr da unten, wird noch ein Bild getummelt. Naja. So. Ist wahrscheinlich ein Zauberer gewesen oder eine Zauberin, die mich geheilt hat. Ich glaube, das sind ja die einzigen, die einen heilen können. Weiß ich jetzt gar nicht. Dass sie jetzt Schwertkämpfer ausüben können. Aber ich glaube nicht. So, da haben wir wieder ein paar nette Wheneverwinterwachen. Hallo. Lass mich mal durch. Ich bin Arzt. So, immer das dauernde Gelaufe. Deswegen wünsche ich mir ja ein Reittier. Aber ich glaube, wir haben noch die erwünschte Stufe noch nicht, dass wir ein Reittier bekommen. Und deswegen, ne? Können wir es noch nicht machen. So, da haben wir wieder ein Zwerger. Und wir müssen erstmal zu denen hier. So, abschließen. Quest abschließen. Behälter. Behälter. Ja. Von mir aus. Wie gesagt, wir machen rund um die Uhr machen wir Quests. Ist ja hier massig, was es hier gibt. Da haben wir wieder Händler. Da können wir dann mal hingehen. Da haben die ja was Nettes. Ich weiß es nicht. Und da unten scheint Gemenge zu sein. Kann ich die Klappe laufen? Können wir das jetzt mal endlich machen? Wartet mal. Wah. Ich will aber nicht den Dingern zu nahe kommen. Geht denn das? Komm schon. Scheiße. Nein, 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 nein. So, gut. Die haben mich nicht gesehen. Warum rennt er gegen die Wand? Ich weiß es nicht. Jetzt war er weg, okay. Oh. Ich versuch die mal einfach clever um zu am Laufen. Wir müssen die ja, glaube ich, nicht töten. Ach du, ach du Scheiße. Wartet mal. Alter, geil. Wie geil das immer aussieht, sorry. Ich feier das immer. So mal extrem geil. So. Cool, ne kleine Ziege. Als Reittier oder was? Ach du Scheiße. Stell dir mal vor. So ein Riesenvieh mit so ner kleinen Ziege als Reittier. Alter, das arme Tier. Aua. Aua. Aua, 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 aua. Schnauze, hab ich gesagt. So, wartet mal. Bevor wir hier mal machen. Ähm. Bedarf. Ähm. Können wir was werden oder wie verstehe ich das jetzt? Ausgeben. Also das, das Ding verstehe ich noch nicht ganz mit der hier Verhandlung. Stammesfeder. Was brauchst du denn für ne Stammesfeder? Naja. Können wir ja verkaufen. Wer es braucht. So, was haben wir da? Okay. So, hallo. Einen spartastischen Tag, Freunde. Hahaha. Schnauze.